Die Firma Grünwerd Elektronik fertigt elektronische Baugruppen als Dienstleister sogenannter EMS. Wir fertigen und bestücken elektronische Baugruppen nach Kundenvorgaben. Das heißt, es sind keine eigenen Produkte, sondern Produkte anderer Firmen, die wir nach deren Vorgaben fertigen. Beim Entwickler- oder Start-up-Unternehmen ist es ganz oft, dass unser Know-how praktisch gefragt ist und wir dann auch mit einbezogen werden ins Fertigungsdesign. Alles, was die Fertigung betrifft, was gegebenenfalls auch für größere Stückzahlen notwendig ist, da sind wir dann oft schon mit eingebunden. Für uns als Fertiger gibt es jetzt sozusagen einen gravierenden Unterschied. Man kann es hier auch nochmal sehen. Das hier ist der Krypto-Stick. Das ist die erste Version und hier haben wir halt den Chip, der hier drauf ist, der mehr oder minder die sicherheitsrelevante Komponente hier auch darstellt. Die sind in dem Fall einfach nicht für die automatisierte Fertigung geeignet und auch nicht vorgesehen. Sie wurden hier dazu sozusagen modifiziert, aber das hat halt immer wieder zu Problemen geführt. Und jetzt bei der neuen Generation, bei der Nitro Key, ist es halt jetzt so, dass dieser Sicherheitschip wird jetzt ganz normal über einen Halter praktisch hier eingeschoben, wie man es auch von SIM-Karten aus dem Handy oder so weiter kennt. Also auch hier mit der Variante kann man dann, dieser Chip wird dann halt im Zuge des Gehäusezusammenbaus eingebracht. Und dann ist das ein absolut massentaugliches Produkt und mit Sicherheit auch deutlich zuverlässiger. Im ersten Schritt haben Sie also die blanke Leiterplatte. Da sind jetzt dann insgesamt die Basis für 100 Nitro Keys drauf. Mit einer Pastenschablone werden die Flächen mit Lötzinn überall über diese Schablone aufgetragen. Die Bauteile werden danach in den Bestückautomaten an die jeweilige Position gesetzt. Danach fährt die Leiterplatte in einen sogenannten Reflow-Ofen und dabei verdampft sozusagen dieses Flussmittel. Und die Zinnperlen, die in dieser Passe drin sind, schließen sich zusammen, schmilzen auf und geben dann die Verbindung. Im zweiten Schritt passiert wie genau das Gleiche. Die zweite Seite wird bedruckt, wird bestückt und fährt in den Ofen. Danach kommt dann das Programmieren, also das Flashen des Bauteils. Danach erfolgt noch ein Funktionstest. Und wenn diese beiden Dinge erfolgreich durchgeführt worden sind, werden der Nutzen vereinzelt in die Gehäuse eingebaut. Und ja, dann ist im Grunde genommen auch schon die ganze Arbeit getan damit. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass es gar nicht mehr so ein großes Thema ist, dieser Unterschied. Weil auch hier wird die Fertigung vollautomatisch durchgeführt. Und bei den Stückzahlen, die diese Maschinen heutzutage fertigen und schaffen, spielt es der Bediener, der davor steht. Also es reicht mehr oder minder ein Mitarbeiter, der die ganze Linie betreuen kann. Und selbst wenn der im Stundenlohn um ein Vielfaches höher liegt als der asiatische Mitarbeiter, bei der Stückzahl von Produkten, die aber am Ende des Tages hinten rauskommen, ist es einfach nicht mehr preisrelevant im Verhältnis zu dem, wie unflexibel man ist, Transportkosten etc. pp. Wir können jetzt mit unseren Maschinen ungefähr 40.000 Bauteile pro Stunde setzen. So, jetzt haben wir hier die 40, 42 Bauteile drauf. Also kann man sich überlegen, dass man fast 1.000 Sticks pro Stunde theoretisch herstellen könnte. Selbst wenn man nur ein Sicherheitsprofon sagt, man schafft nur die Hälfte, dann sind wir immer noch bei 500 Stück. Im Worst Case könnten wir dann also 12.000 Sticks pro 3 Schichten fertigen. Also ich würde mich freuen, wenn der Nitro Key so erfolgreich wird, dass wir diese Auslastung benötigen würden. Aber das ist ein sehr, sehr unproblematisches Produkt. Rein von der Bestückung. Was natürlich dazu kommt und das den Unterschied dann macht, ist alles, was danach kommt. Nämlich die Programmierung, das Testen und das ins Gehäuse einbauen.